Seit dieser Woche ist Viktoria von Schweden zurück im royalen Arbeitsleben. Die Sommerferien sind vorbei, doch in Urlaubsstimmung ist die Kronprinzessin immer noch. Beim Besuch des Internationalen Wasserinstituts in Stockholm ist die 41-jährige Best-Tance gelaunt. Und mit diesem Outfit würde die Königstochter auch an jedem Strand eine gute Figur machen. Viktoria trägt einen knöchellangen, rot-weiß gestreiften Rock, der bei zu langem Hinsehen ein bisschen in den Augen flimmert. Dazu kombiniert sie ein schlichtes blaues T-Shirt und eine graue Handtasche. Die leichte Sommerbräune, die Viktoria aus dem Urlaub mitgebracht hat, verleiht ihr einen frischen Tint. Die Erholung ist ihr auch nach den ersten Arbeitstagen immer noch anzusehen. Und das, obwohl ein aufregender Tag hinter ihr liegt. Töchterchen Estelle ist eingeschult worden. Ein Meilenstein im Leben der kleinen Prinzessin und ein spannender Moment auch für Mama Viktoria. Doch von Nervosität ist hier bei beiden keine Spur. Und genauso entspannt wirkt die Kronprinzessin auch bei ihrem jüngsten Termin. Dieser Urlaub muss wirklich erholsam gewesen sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Kronprinzessin